Super, also ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht und am besten gefreut es mir, dass der Müller zwei Mal gemüllert hat. Sie gehen besser nach vorne, sie spielen besser zusammen, sie haben wunderbare Aktionen miteinander gemacht, also ich finde schon, dass es ein bisschen anders ist wie beim Nagelsmann. Mega, also ich finde, es ist mit Guardiola der beste Trainer, der es im Moment auf dem gesamten europäischen Markt gibt. Also darum für Bayern ein Riesenglück, dass der Tuchel jetzt bei Bayern München ist. Typisch, jedes Mal, wenn Dortmund hier zu Gast ist, man merkt das an der Spielweise, die haben Angst, zu viel Angst und trauen sich nicht das rauszuholen, was die auf dem Kasten hätten. Die haben Qualitäten und nutzen diese nicht. Perlen vor die Säule schmeißen und das jedes Mal gegen Bayern. Und das vierte Mal hier und das vierte Mal sehe ich mir so eine Klatsche an. Wenn sie da nichts ändern, im Kopf es einzudrücken, dass die auch gegen den FC Bayern eine Chance haben. Wenn die hier niemals einen Blumentopf gewinnen, niemals. Katastrophe. Wir haben keine Stiche gemacht, einen Schuss aufs Tor in der zweiten Halbzeit ansonsten. Katastrophe, absolut enttäuscht, wirklich. Glückwunsch an die Bayern, mehr kann ich nicht sagen. Ich habe auch die Schnauze voll.